Jawohl, der Adi Totoro weggeschmissen. Okay, let's go. Als siebter sind wir reingekommen. Okay, sehr schön. Chat, meine Fresse. Jetzt steigt die Pumpe langsam. Es geht halt um die Wurst. Es kommen immer mehr rein. Adi Totoro sogar. Aha, ah ja. Mit dem Turnier, im Turnier. Mal hoffen. Wenn's nicht reicht, dann reicht's halt nicht. Nicht so viel erhoffen. Türenlauf ist das erste Spiel, Chat. Türenlauf ist das erste Game. Direkt das schlechteste Game, so gefühlt. Das erste Scheiss-Game eigentlich schon, aber egal. Erste Reihe respawnen oder sogar die Version. Uh, egal. Let's go. Ah, ganz hinten. Letzte Reihe. Scheisse. Letzte Reihe ist scheisse hier. Aber egal. Mal schauen. Bei dem Spiel kann ich das echt nicht gut, ne? Eigentlich. Glöcke habt eigentlich. Ah, 28 können sich qualifizieren, also. Let's go. Immerhin drin. Immerhin drin. Ah, totale Schieflage. Digger. Warum das Spiel? Egal. Moin, Dominik. Moin, Moin. Na? Na, wie geht's? Alter, Digger, bin ich... Alter, bin ich auf der Pumpe, ne? Weiss nicht warum, aber... Okay. 20 können sich qualifizieren. Gut. Konzentration. Äh, mir geht's gut, danke. Mir geht's gut, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Wie gesagt, ein bisschen auf der Pumpe, aber... Aber egal. Aber egal. Das, äh, konnte ich auch erwarten. Aber kann man auch, glaub ich, auch ein bisschen verstehen, ne? Wenn's mein erstes Turnier ist, ähm... Komm als Erster durch. Ah, nee. Nicht als Erster, aber als Zweiter. Easy. Und als Dritter der Adi, ne? Das Turnier, äh, gehört einem Fußballer, also der hier in Luzern spielt. Ähm, grosser Fans, okay, das geht auch klar. Ähm, der hat das Ganze, ähm, wie sagt man, organisiert, dies, das. Und, äh, wie gesagt, er hat grad seinen Stream auch so nebenbei offen. Ähm, da schaue ich auch, wie gesagt, ein bisschen nebenbei ihm zu, was er so gerade dran ist, oder wo er dran ist. Und das ist auch die ganz normale Stinkversion. Und wir sind, ähm, zweite Reihe, okay. Okay, das ist echt klar, eigentlich. Wir haben ihn hier. Okay, easy, 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 easy. Also, so viele sind ja auch nicht vorne, also... Okay, das war ein bisschen scheiße, aber egal. Easy durch. Aber die Nervositär müssen wir loswerden, sonst wird das nix. Sonst scheisse ich nur rein und dann... Knallballen. Okay, schon Finale-Chat. Eine Möglichkeit haben wir jetzt. Eine... Eine verdammte Möglichkeit haben wir jetzt, unser Ticket zu lösen. Ich kann das Finale halt nicht so gut, aber... Aber okay. Ich kann das Finale halt wirklich nicht gut, aber... Einmal heute gewonnen zu haben. Einmal. Und... Drei oder vier Fällen. Okay, ganz schnell jetzt. Fühhh... Bekta. Jawohl, der Raditotoro weggeschmissen. Let's go! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jawohl, let's fucking go, mein Finalticket, let's fucking go, so möchte man es haben.